Bailamos Cariño. Das ist das Thema meines Konzerts. In Birdland wird am 23. November um 20 Uhr ein ganz außergewöhnliches Konzert stattfinden. Es werden nur Tänze gespielt. Ich werde mit einem Gitarristen spielen, ich werde auch Solo spielen, aber auch noch mit einem anderen Chillisten und mit einem Pianisten. Und trotzdem werdet ihr noch einen anderen Überraschung erwarten. Kommt am 23. November in Birdland. 20 Uhr.